Hallo meine Lieben, es ist der Monat Oktober, der Channeling-Monat. Heute werde ich den Erzengel Michael rufen. Er ist der kraftvolle Kämpfer. Michael ist der mächtigste und bekannteste Erzengel. Sein Name bedeutet, wer ist Gott? Seine Energie fördert klare Erkenntnisse und stärkt unsere innere Kraft und unseren Mut. Ich verbinde mich jetzt mit der Göttlichkeit und rufe den Erzengel Michael. Ich empfange und ich spüre die Energie vom Erzengel Michael. Und ich lausche. Meine Frage ist, Erzengel Michael, es ist deutlich zu spüren, dass die Gerechtigkeit immer mehr von unserer Seite geht und das Böse zum Mittelpunkt unseres Lebens rückt. So gewinnt das Unglück immer mehr Raum. Ich bitte um deine Hilfe, Erzengel Michael. Denn das darf nicht sein, dass das Leben auf Erden immer weniger lebenswert wird. Erzengel Michael antwortet. Hört ihr Menschenkinder, ich, Michael, bin der Kämpfer gegen das Böse. Mit meinem Schwert vernichte ich all das Böse und kämpfe im Namen Gottes für die Gerechtigkeit, für die Menschen, die an mich und Gott glauben. Ruft mich an, sagt eure Belange und ich bin für euch da. Mit meinen mächtigen Flügeln und meinem Schwert vertreibe und vernichte ich all das Böse. So fühlt ihr in euch und um euch herum die göttliche Kraft, das göttliche Licht und den inneren Frieden. Ich, der ja, sage, Erzengel Michael, ich danke dir im Namen der Menschen. Deine Hilfe und deine Liebe lässt uns erkennen und wir sehen die Sonne wieder in ihrem hellen Schein. Deine Botschaft trage ich weiter zu den Menschen. Denn dieses ist meine Berufung und meine Aufgabe. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Im Namen Michaels bitte ich euch, habt das Vertrauen zu diesem mächtigen Engel. Erzengel Michael, hört eure Hilferufe. Mit seinen mächtigen Flügeln fegt er all eure Probleme weg. Glaubt an die Macht des Erzengels. Bitte, glaubt. Habt ihr noch Fragen? So nehmt den Kontakt zu mir auf oder schreibt eure Kommentare dazu. Dazu stehen euch meine Portale, Twitter, deria-blog und so weiter zur Verfügung. Hört euch auch das nächste Channeling-Video an. Bis dahin herzlichst eure Deria. Tschüss. Tschüss.